Willkommen zu den Fantasy News. Heute ist der dritte Tag und alles ist ganz normal. Die Teams machen ihre Arbeit, nur das Wetter ist etwas schlechter geworden. Es gibt nichts zu... Uns hat eine Eilmeldung erreicht. Die Kasse der Kinderstadt wurde gestohlen. Uns wurde ein Bekennervideo zugespielt. Ha, ha, ha. Ich bin da auf Wetter und ich habe eine Kasse geklaut. Ich hasse lachende und glückliche Kinder und ich möchte nicht, dass ihr eine schöne Kinderstadt habt. Wir sind geschockt. Wir schalten nach draußen zu unseren rasenden Reportern. Kennt ihr den Typ mit der schwarzen Maske? Ja, das ist Darth Vader, so viel weiß ich. Ja, das Darth Vader. Das Darth Vader. Das Darth Vader. Okay, ähm, was denkst du, wer es war? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja davon noch gar nicht. Kannst du mir mal sagen, was passiert ist? Also, ähm, es ist, wieso Darth Vader, den kennst du nicht. Das ist ein Typ mit so einer schwarzen Maske und so einem schwarzen Umhang. Und der hat eben dieses ganze Geld von der Kasse gestohlen. Die Kasse ist weg? Ja. Und die Reine kommt? Ähm, ich denke, es war jemand aus der Nähe vom Camp. Hier in der Nähe. Ich denke, dass da jemand mutwillig eine Straftat begangen hat. Beschütz mich. Beschütz mich. Beschütz mich. Okay. Ich habe tatsächlich noch gar keine Ahnung, was passiert sein könnte. Ich habe auf jeden Fall Angst, dass wir unsere Kasse nicht wiederfinden. Und ich hoffe wirklich, dass wir bald den nächsten Hinweis von Darth Vader bekommen und alle Rätsel lösen können. Wir haben auf jeden Fall die schwersten Rätsel. Ab geht's. Ich bin gespannt, was auf dem U-Bus-Busstick drauf ist. Hier so ein. Es ist so unfassbar spannend. Wir freuen uns, dass die Kasse wieder da ist. Und bis morgen. Tschüss. Frühjahrt